Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zu den GeoGebra-Befehlen. Wir schauen uns diesmal den Befehl Balkendiagramm an. Lasst euch hier jetzt nicht irritieren, ich habe hier schon mal drei Listen vorbereitet, um einfach schon mal ein paar Werte, statistische Werte zu haben, mit denen wir arbeiten können, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Im Grunde genommen müsst ihr dann selbst sozusagen diese Listen natürlich dann eingeben, das könnt ihr entweder über die Tabelle machen oder halt direkt eingeben oder im Befehl Balkendiagramm an sich dann einzeln die Zahlen überhaupt eintragen. Wenn wir uns jetzt ein Befehl Balkendiagramm anschauen, dann haben wir hier wieder mehrere Möglichkeiten, wie es oft bei GeoGebra der Fall ist, also Varianten, wie man das Ganze sozusagen eingeben kann. Wir haben jetzt hier mal den ersten Befehl, der wäre Liste von Daten und Liste von Häufigkeiten. Hierfür habe ich eben schon zwei Listen hergerichtet, die Liste L1, die ist die mit den Daten, und dann haben wir eine zweite Liste mit den dazugehörigen Häufigkeiten. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nur noch L1 eingeben und hier drüben dann L2. Und entsprechend entsteht jetzt hier ein hübsches Balkendiagramm in GeoGebra, das eben zu den Werten, die wir hier in der Liste 1 haben, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Balkendiagramm erzeugt mit den entsprechenden Häufigkeiten. Das ist einmal die simpelste Variante sozusagen, einfach ein paar Daten und die Häufigkeiten dazu, und dann kann man sich hier ein Balkendiagramm zeichnen lassen. Ich blende das jetzt hier wieder aus, damit wir da nicht irgendwas Überlappendes haben. Schauen wir uns einmal an, welche Möglichkeiten es noch gibt. Wir haben hier eben, wenn wir den Befehl Balkendiagramm eingeben, gibt es eine weitere Variante, nämlich Liste von Rohdaten. Das heißt, das ist dann ohne den Häufigkeiten sozusagen, sondern wir haben einfach irgendwelche Werte und sollen dann hier Balkenbreite und dann möglicherweise noch eine vertikale Skalierung eingeben. Das sieht dann hier wie folgt aus. Die Rohdaten, das wäre jetzt hier die Liste 3, die ich hier vorbereitet habe. Das heißt, wir können hier L3 eingeben. Balkenbreite könnten wir jetzt zum Beispiel 1 auswählen. und den Skalierungsfaktor lassen wir jetzt einmal weg. Das zeige ich euch gleich noch. Und schon haben wir hier unser Balkendiagramm auch wieder. Das heißt, GeoGebra erkennt, wie oft die jeweiligen Zahlen sozusagen vorkommen und entsprechend zeichnet das dann hier entsprechend die richtigen Balkenhöhen ein. Jetzt habt ihr ja gesehen, wir haben hier Balkenbreite 1 jetzt ausgewählt. Würde ich jetzt Balkenbreite 2 auswählen, dann würde dieses Diagramm etwas anders aussehen, nämlich wie folgt. Denn wir haben jetzt hier entsprechend die Breite 2. Das heißt, hier würden dann nicht mehr jede einzelne Zahl sozusagen abgegriffen werden, sondern jeweils zwei Zahlen zusammen sozusagen. Was wir jetzt hier als nächstes dann noch haben, wenn wir weiterschauen, Balkendiagramm gibt es dann noch Liste von Daten, Liste von Häufigkeiten und die Balkenbreite. Wenn wir das jetzt auswählen, werden wir wieder die Liste L1 und L2 verwenden, denn hier sind unsere Daten drinnen. In der L2 sind die Häufigkeiten drinnen. Und wenn ich jetzt eine Balkenbreite nehme, ihr könnt euch erinnern, von vorhin haben wir einfach eine stinknormale Breite gehabt, von genau 1 sozusagen. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel nur 0,5 auswähle, dann habe ich hier einzelne Balken und wir haben einen bestimmten Abstand dazwischen sozusagen. Das heißt, ich sehe jetzt nicht mehr die einzelnen Balken nebeneinander komplett zusammenpicken sozusagen, sondern ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auch Balken zu erzeugen, die voneinander sozusagen entfernt sind und einen gewissen Abstand haben. Theoretisch könnte man auch, wenn man hier direkt nur 0 eingibt als Breite, dann hat man im Prinzip nur noch so Linien, die quasi einen Balken darstellen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, um das Ganze hier in irgendeiner Form anzeigen lassen zu wollen. Wenn wir jetzt noch weiterschauen, das sind jetzt eigentlich die wichtigsten Varianten, sage ich jetzt mal, beim Balkendiagramm, aber es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, wobei die ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen Advanced Level, sage ich jetzt mal, nämlich, wenn wir jetzt hier Balkendiagramm noch anschauen, gibt es noch die Befehle mit Anfangswert und Endwert, dann könnte man es mit Liste von Balkenhöhen angeben, das ist aber im Grunde genommen eher nicht so interessant für euch. Was man vielleicht noch machen könnte, aber im Grunde macht man das im Wahrscheinlichkeitsrechner, wäre hier mit einem Ausdruck unter Variable sozusagen und dann noch ein Startwert und Endwert arbeiten, dann könntet ihr beispielsweise für eine Binomialverteilung sozusagen ein Balkendiagramm erzeugen, wobei das halt, wie gesagt, eigentlich nicht notwendig ist, weil man das eigentlich im Grunde genommen direkt im Wahrscheinlichkeitsrechner macht. Ich möchte es euch trotzdem kurz einmal zeigen. Wenn wir jetzt hier hergehen und sagen, was weiß ich, sagen wir, unsere Stichprobe ist 10, dann würden wir jetzt hier anfangen, ein Balkendiagramm zu erzeugen von minus 0,5 weg sozusagen, weil wir ja jeweils eine Breite von 1 haben wollen, das heißt, es geht von minus 0,5 bis 10,5 sozusagen. Dann haben wir hier einen Ausdruck, den wir eingeben müssen, das heißt, das wäre jetzt hier die Formel für die Binomialverteilung. Sagen wir, wir haben den Binomialkoeffizienten, den wir hier brauchen. Dazu gibt es dann ein eigenes Video noch, NCR, da haben wir jetzt 10 und K sozusagen, unsere Variable. Danach müssen wir jetzt noch hergehen, sagen wir, wir haben ein P von, oder wir können es eigentlich mit einem Schieberegel sogar machen, das heißt, wir könnten jetzt hier hergehen und sagen, P hoch K und dann in weiterer Folge mal 1 minus P, also komplett die Formel von der Binomialverteilung hoch und da haben wir jetzt 10 minus K sozusagen. Die Variable, die wir haben, ist eben das K. Unser Startwert sollte 0 sein und unser Endwert in dem Fall 10, weil wir eben bis 10, also unsere Stichprobe geht bis 10 sozusagen. Und wenn wir das jetzt hier eingeben wollen, dann sehen wir hier, dass wir einen Schieberegler brauchen. Den machen wir und den Schieberegler machen wir eben deshalb, weil wir hier einerseits für das P sozusagen etwas brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit mit 0,2 erzeugen würden, dann hätten wir hier eben die Möglichkeit, ein Balkendiagramm zu erzeugen. Wenn wir jetzt hier das Ganze, natürlich müsste man jetzt hier noch das Fenster ein bisschen umstellen. Das wäre dann das hier und somit hätten wir jetzt hier eben die klassische Variante von einer Binomialverteilung sozusagen, die einzelnen Balken. Für das K, den Schieberegler, der ist irrelevant, weil der wird sowieso direkt mit dem Befehl Balkendiagramm bearbeitet. Aber für das P ist es natürlich dann schon relevant, weil wenn ich jetzt eben hier die Wahrscheinlichkeiten anders verteile sozusagen, wobei man könnte jetzt auch noch hierher gehen und da die Abstände ein bisschen umstellen, damit man das auch entsprechend ein bisschen exakter noch angeben kann, dass man sagt, das sind nicht 0,1er-Schritte, sondern kleinere Schritte noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier ein Advanced Level. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man direkt im Unterricht brauchen wird vermutlich, aber gerade wenn man etwas demonstrieren möchte bezüglich der Binomialverteilung zum Beispiel, kann das durchaus hilfreich sein oder interessant sein, wenn man eben mithilfe eines Schiebereglers zeigen kann, wie sich so die Binomialverteilung verhält, wenn eben die Wahrscheinlichkeit sich verändert. Soviel zu den Balkendiagrammen. Ich hoffe, das war jetzt in Summe nicht ein bisschen zu viel sogar. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze grafisch darzustellen. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich für euch und wir sehen uns in einem der anderen Videos wieder.